Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Tale, wo wir hier letztes Mal aufgehört haben. Spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was? Was meint ihr? Amicia, Ugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet. Da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja. Was ist dort? Arames Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Ugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt. Die Makula nähert sich von seinen Gefühlen. Hört zu. Wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph. Er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geht zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia. Du kommst mit. Passt auf. Ihr beide. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Ugo? Ich, ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magistra Wodur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Gott, ey. Also, ihr Bruder ist den Tod verurteilt. Ja. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Ai, ai, ai. Kein Grund zur Panik. Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle. Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Da, der Wachtturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Frachtball zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das... Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Ach, Kacke. Amesia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge. Ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Da wären wir. Gut. Keine Soldaten mehr töten, sagt er. Ja, das wird schwer bestimmt. Du wolltest, dass ich Magister Vaudan nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Ugos Traum? Ich weiß. Die Insel. Das Erwachen der Makula. Der Orden. Das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Ah, auf das Ding. Hallo? Macht er das jetzt mal auf? Bier? Es tut mir leid, Amesia. Wegen Ego. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lot so hoffentlich auch. Ja, stimmt. Rot-weißes Segel. Schau mal. Schwefel. Los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter. Leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyane soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Rappen. Alles klar. Öffnet das Tor. Oh Gott. Hey, Neulinge. Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Sieht ihr die Mauer an? Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute! Noch was zum Looten? Gibt's was? Ah, guck mal mal. So, nein. Auf zum Tor. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es, ne? Wo zum Teufel kommt dieses Geräusch her? Können wir hier durch? Da können wir durch. Oh. Komm, dreh dich um Eh, einfach Danke Oh nein, er kommt her, oder? Oh mein Gott, er hat Oh, dass sie Geist dumm ist Schon wieder? Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist Oh lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Okay. Oh Gott. Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja. Versuchen wir es. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. So ist hier durch, ne? Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmal schicken. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Vaudan? Wie soll das bitte enden? Weiter geht's nicht. Hier bleiben ist der sichere Tod. Da kommen immer mehr und immer mehr. Ach du Scheiße. Wollen die keinen Fisch? Die mögen keinen Fisch, kann das sein. Und da jetzt durch. Äh. Gehen wir hier durch. Ei, 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 ei. Warum fressen die den Fisch nicht? Ekelhaft. Oh, dieser Geruch. Thea. Verursacht Kopfweh. Ich von innen abgeschlossen. Machen wir nochmal hier. Und dann das wieder. Gott. Was ist denn das? Eine Thea-Werkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein. Weiß zurück. Boots, die folgen uns. Keine Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen da rüber. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß. Aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Gut. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, warte mal. Ja. Geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ja. Kurbel bis zum Ende. Nochmal. Malte. Mal. Das bleibt doch gern. Giu. Ichlawisch. Mal. Komm zu den Becken zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol natürlich. Bereit? Ja, lass uns Thea machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Es funktioniert. Ja. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube, sie haben hiermit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werfe sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Also dann. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Ah, schau mal mal. Perfekt. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komm mal. Okay. Hammer. Da oben war ne Truhe. Ich glaube, ich hatte diese scheiß Truhe. Oh nein! Das Becken war wieder leer. Das Teer war raus. Scheiße. Warum war denn das Teer so schnell weg? Komm, warte mal. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Ich muss da irgendwie zu der Truhe. Das sieht nicht so aus, wahr? Reiße. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Also dann. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Mal sehen, was der Teer taugt. Kommen wahrscheinlich nicht an die Truhe ran, so wie es aussieht. Dann kommen wir da ran. Guck mal. Ah, hier komme ich an die Truhe. Ah, hier unterscheiden die diese Ratten. Ah, das ist gut Material, ja. Hier runter. Ah, hier runter. Guck. Oh. Oh. Ratten kommt da wieder. Ich hör sie. Das Viecher. Wir gehen hier lang. Oh. Ist unser Boot da vorn? Sei dir da nicht zu sicher. Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudan und deiner Mutter hin und her gerissen. Und ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Da geht's noch. Sieh mal, da hinten. Josefs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebenen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Hey, wer seid ihr? Habt ihr die Brücke runtergelassen? Ja, wir, wir wollen nur rüber. Rüber? Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja. Wartet kurz. Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. So. So. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, äh... Selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Na gut. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ach. Verstehe. Aber wie komme ich da jetzt hin? Hey! Du verpasst das Becken! Mach langsamer! Das war zu weit! Ein Stück zurück! Hey, lass gut sein! Geht klar! Klasse! Genau richtig! Oh! Lukas! Mach mal! Dein Einsatz, Lukas! Sofort! Uh... Uh... Wie können wir das hier machen? Was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Wir kommen später zum zweiten Becken zurück. Ja, dann... Ich muss das hochmachen. Hallo? Jetzt häng ich hier fest, oder was? So, jetzt... Reine mit. Okay. 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 Gib mal den Scheiß jetzt nicht da rein. Okay. 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 Soll ich's benutzen? Ich steck fest. Ja. Ich versuch's. Wo soll ich's benutzen? Ah, die Brücke meinte. Okay. Okay. Ja. Oh nein, 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 nein! Oh, diese Mistviecher! Ah! Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ah! Das habt ihr gut gemacht! Geschafft! Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach, komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drehst du gerade einem Soldaten, der Provence? Und ob! Das ist zu wichtig! Moment! Moment! In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr! Ihr seid geflohen! Ja, los! Das Ding ist gleich da unten. Ja. Tut mir leid. Danke, aber dass du es golfen hast. Gah! Gott! Diese Leute! Ich vertraue niemandem mehr! Ja! Mal sehen, was sich machen lässt. Wahnsinn. Der Dude, ey. Erst große Klappe. Yo! Macht das. Passt. Ähm. Aber naja. Viel besser. Das sollte die Sache erleichtern. Ah, jetzt brauchen wir ein paar echemistische Sachen mehr. Sehen wir uns das Boot an! Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwenden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist er. Ja. Doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich hab Besseres zu tun. Nein. Du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest. Und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlich mehr! Mach schon! Los! Ja, komm! Das war knapp. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!